Ahhhh... Benedict! Ja, Fräulein Nora? Hi, ich fühle mich heute britisch. Könnte ich bitte ein englisches Frühstück haben? Sicher, Fräulein Nora. Oh, danke. Oh, es riecht deliziös. Weißt du, wo meine Mut... meine liebste Mutter ist? Ja, sie ist auf Geschäftsreise in Miami, aber sie sagte, ihr könnt ihre Kreditkarte verwenden, um alles zu kaufen, was ihr wollt. Ach, natürlich. Hoffentlich ist es die Platin. Sonst noch etwas, Fräulein Nora? Nein, Ben, danke. Autsch! Hm, das klang sehr britisch. Was soll ich nur anziehen? Nein. 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 Oh. Oh. Oh, I forgot this is all I've got. But that won't bring me down. As they say won't lose my mind. Was? Mom, wo ist das Essen? Auf den richtigen Sandwich. Danke. Hi, Mom. Oh, hallo Schatz, wie geht's dir? Gut, du bist also wieder auf Geschäftsreise? Ja, deine Mom ist auf Geschäftsreise. Bissi Mama. Okay, lass uns über den Schultanz sprechen. Einen Schultanz, sagst du? Aha. Also, ich hab die Hauptrolle und jeder wird da sein und es ist wirklich wichtig für mich, dass du kommst, damit du... Ja, lass uns darüber doch einfach später reden, genau. Ich hab ein, äh, Meeting und... Natürlich, Mutter. Roberto. Traurig und fett. Nein. Ich will es. Ich hab es. Aha, diese blöden Kisten. Benedikt, schalte die Musik an. Benedikt, schalte die Musik an. Oh, mein. Ich bin viel zu spät. Man, ich wünschte, ich hätte so'n Auto. Der Bus. Morgen. Hey Kinder. Eure Testergebnisse sind hier. Sechs. Hey Miss Karen. Ja. Ich möchte eine sehr großzügige Spende für die Schulkinder machen. Warnung. Bestechung ist ein schweres Verbrechen. Versuch das nicht in der Schule oder anderswo. Oh, klar. Ich habe hier einen Fehler gemacht in deinem Test, den ich direkt beheben werde. Ja, ja. Das war ein Eins. Vielen Dank, Miss Karen. Vielen Dank. Hey Miss Karen. Ich konnte nicht für den Test lernen, weil ich und meine Mom zuhause kein Essen haben. Und ich muss nach der Schule arbeiten und es ist wirklich schwer für uns. Wir sind so hungrig. Ich gebe dir einen Test. Ich gebe dir einen Test. Ich gebe dir einen Test. Und ich gebe dir einen Test. Ich gebe dir einen Test. Diese armen Mädchen spielen immer das Opfer. Ich hab Hunger. Komm, wir essen. Ja, ich auch. Das Essen hier schmeckt nicht. Ich werde meinen Butler anrufen, damit er mir etwas bringt. Aber ich teile nicht. Okay, Leute, lasst uns gehen. Ich hab Hunger. Okay, Mädels, Geld raus. Ich glaub, wir haben genug. Warte, warte, ich hab noch mehr. Ja, los geht's. Hier, und verkratze sie nicht. Schätzchen. Nur Bargeld, Schätzchen. Kein Problem. Und behalte den Rest. Kauf dir etwas Hübsches. Der Nächste. Hi, ich hätte gerne einen Apfel. Danke. Hey, da fehlen 10 Cent. Ach Gott, du hast recht, das Essen ist schrecklich. Du armes Ding. Arm? Was ist arm? Das. Bist du heute Abend noch dabei? Ja, wir machen unsere eigenen Kleider. Ja, ich freu mich total auf heute Abend. Oh. Oh, meine Mutter ruft an. Sorry, ich muss los. Bis dann. Oh, Mama ruft an. Sorry. Bis dann. Ja, Mama, ich verstehe. Ja, Mama, ich verstehe. Aber du darfst dich schon nicht verpassen. Vielleicht nicht, das ist mir völlig wichtig. Wir können ja sparen. Siehst du nicht, dass ich hier rede? Da. Wie auch immer. Oh, mein Gott, unhöflich. Aha. Aha. Du traust dich echt was. Nicht du. Bis dann. Bis dann. Warum bist du so? Ist deine Chanel kaputt? Haha, witzig. Und warum bist du so? Weil du keine Chanel besitzt? Nun, um genau zu sein, kann meine Mutter es sich nicht leisten, mir ein Kleid zu kaufen, um zur Schulaufführung zu gehen. Nun, ich besitze ein Kleid, aber meine Mutter kommt nicht. Warum also überhaupt hingehen? Oh, ich gehe jetzt duschen, duschen. Oh, ich gehe jetzt duschen. Nora. Du bist nicht allein in diesem Haus. Deine Oma muss duschen. Mom, ich tue mein Bestes. Nora. Mom, ich habe kein Duschgel. Beeil dich. Ich bin ja schon fertig. Oh Mann, dieses WLAN. WLAN. Oh, das WLAN. Das WLAN. Dieses Haus ist so riesig. Ich kann keinen WLAN finden. Benedikt! WLAN. WLAN. Scheint, als hätte wieder jemand vergessen, das Internet zu bezahlen. Mr. Jones. Hey, jetzt verursacht Strahlung. Oh, einbalken. WLAN wird dein Gehirn zu melzen. Was? Ich langweile mich. Benedikt, mir ist langweilig. Ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Oh. Hä? Hallo? Hey, ich bin's. Wer? Nora aus der Schule. Oh, hey Nora. Wie geht's? Na ja, es tut mir leid wegen vorhin. Willst du vorbeikommen? Okay. Hast du WLAN? Natürlich. Echt? Okay, ich komme. Was? Benedikt, wir haben Gäste. Oh mein Gott. So riesig. Oh. Also, machen wir uns mal an die Kleider. Lass uns shoppen. Nein, wir werden sie selber machen. Ich will es. Ich habe es. 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 Siehst du? Nein. Schauen wir uns lieber 5-Minuten-Tricks an. Dann mal los. I wanna travel the world, learn more and more, but that's not happening for me. That's something I could do, but what for? No one would want to come with me, just because it's me. Well, life, whether you have a lot of me, you'll always find yourself in some kind of mess. The life will bring you, don't cheer you up. Put on your smile and find a way to change your luck. Cause this is who we are. Ich bin glücklich und fett. Okay.